Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Snyne und heute dürfen wir begrüßen den Künstler und Bildhauer Herbert Meusburger. Herbert Meusburger, wir sind ja im Bregenzer Wälder, da im Wald aufgewachsen. Wie prägt einen das, wenn man in so einer Talschaft aufwächst? Ja, ich glaube jeden, der im Bregenzer Wald aufwächst, der ist irgendwie doch geprägt vom Tal und von vielem, was da auch anders ist, wie in der Stadt, wie geprägt wird einem das. Das mit dem Authentisch Sinn, das mag ich eigentlich nicht, weil das hört den auf. Also ich bin kein Traditionalist, der irgendwie diese Tradiertheit im Tal so wahnsinnig gern mag. Ich mag es jetzt zum Beispiel gern, wenn richtig fesche Frau mit der Juppa auf dem Werk kommt, aber wenn die Juppa zu allem und zu vielem instrumentalisiert wird, oder? Hier zum Beispiel Zeltfeste, oder? Da gibt es Wettbewerbe, wer bringt mehr Juppa-Frau ins Zelt und so? Oder ungefähr 800 und das am Biertisch und das finde ich jetzt nicht wahnsinnig spannend, oder? Also diese Tradiertheit, die habe ich nicht mehr oder auf dem Verhalt, aber wahrscheinlich nicht mehr. Jetzt hat sich ja extrem viel getan im Wald eigentlich, die die letzten Jahrzehnte, also wenn man da jetzt innenfahrt, man hat extrem gebaut, viel Zuzug, also es ist ja eine wunderschöne Landschaft, die so Verbindung zwischen Moderne und Tradition irgendwie, wie nimmst du das wahr? Die stimmt irgendwie schon noch, also ich meine schon, dass das stimmig ist, wir haben doch noch einiges an alter Substanz da, also alte, wirklich schöne Wälderhüse. Leider stehen wahnsinnig viele leer in jeder Gemeinde und das kann man natürlich nicht handeln, oder? Die Leute, die die haben, gehen dir nicht her, oder die beben dir. Aber, und die neue Architektur ist zum Teil wirklich gut, nur ich bin trotzdem der Meinung, man muss schon aufpassen, dass das nicht oben in einen Einheitsbrei verfällt, oder mit der neuen, dass man da nicht so wie kommt, dass das dann immer irgendwie nur ein Abklass ist für irgendetwas, das die besseren Leute gemacht hintermall, oder? Und also, das Authentische, das ist nicht mehr so wahnsinnig früher, dass ich sagen könnte, das Haus könnte jetzt vom Hermann Kaufmann sein, oder das Haus könnte, kann nur von dem sein, und so. Und jetzt muss es halt Rätseln, oder? Es kann von mehreren sein, oder? Aber das ist ja die Kunst wahrscheinlich auch so, oder? Wir sind ja in Bitzau, wenn du es so abgeschossen wüsstest, wo wohnt der denn in der ganzen Hüse? Ach so, nein, in Bitzau muss man sagen, da sind schon meistens Leute verdauen, und natürlich Zuzucht gibt es natürlich, oder? Das hat es immer gegeben, oder? Im Bregenzer Wald gibt es irgendwie im gewissen Ausmaß an die Industrialisierung, oder? Der Kaufmann braucht Leute, oder? Und die wird ja auch nicht alle verdauen, oder? Und da gibt es ein paar kleine Betriebe, und dann gibt es wirklich sowieso, ich gehe da her zurück, und dann gibt es natürlich Leute, das wird schwieriger werden, diese Zweitwohnsitze, oder? Aber das ist natürlich eine Geschichte, was mit der Wiedmung nicht so ganz schwierig, auch nicht so ganz Licht sind wird, oder? Das wird die Virtuosen auch beschäftigen, schätze ich. Weil du sagst gerade Wiedmung, und da fällt mir gerade eben, wenn wir da ja im Bitzau sind, Kanisflug, da hat es ja eine riesen Diskussion, um Steinbruch, und so, wie siehst du so aus? Das ist doch ein Aufbau von irgendeinem Omaß. Natürlich, da hast du ja gemeint, die brechen die Kanisflug ab, oder? Wenn du das gehört hast. Nein, im Grunde genommen war es eine alte Schotterhalde, die man abgeräumt hätte, oder? Und offensichtlich, ja die Firma RÜV hat das alles richtig gemacht, oder? Aber offensichtlich, das ist so transportiert worden, dass man gesehen hat, es wird ein Steinbruch, was überhaupt nicht gestimmt hätte. Es hat so viel, also was mich eigentlich an der ganzen Sicht gestört hat. Ich bin ja, für mich ist Kanisflug schon in gewisser Weise eine Triebfeder meines Schaffens, oder? Und die ist mir schon wichtig. Und dann haben wir gedacht, ich rufe die Firma RÜV an, weil sie mal geschrieben haben, im Gemeindeblatt, im Gemeindeblatt. Dann haben sie mal geschrieben, jeder kann sich über das Projekt im Büro informieren. Und dann haben, bis dann immer gefragt worden, das hätte ich auch unterschrieben, dann haben ich gesagt, nee, ich informiere mich zuerst über das Projekt, oder? Und dann bin ich halt zur Firma RÜV gegangen, nach 5 Uhr hat man das Kühne angeschaut und haben mir das auch geschaut. Und dann haben wir das auch erklärt. Und dann haben wir das auch erklärt, was ist mit dem Zapfer da? Und ich habe gesagt, das muss man weg tun. Das ist ein Stein, aber das sind nicht mehr richtig im Kopf. Und dann habe ich das auch geschaut. Und dann habe ich gesagt, also Verbrecher sind ja keine, habe ich gesagt, wenn sie es super machen, wenn es stimmt, was er angeht, oder? Aber jetzt schauen wir mal, oder? Und dann habe ich gesagt, wie viel hat ich das Projekt schon auch geschaut? Weil das unterschrieben sind viele Tausende. Da habe ich gesagt, du bist der Zweite. Und das war aber nach dem ganzen Klamauk schon. Und das finde ich unfair, oder? Ich finde das einfach nicht richtig, oder? Wenn das meine Basisdemokratie so weggeht, dass es ja vier, und ich bin ja, ich war ja mit Kunst im öffentlichen Raum, bin ich auch permanent konfrontiert mit der Geschichte. Also nur als Beispiel, oder? Ich komme in eine Gemeinde, dann sieht man, könntest du da noch was machen auf dem Platz, oder? Ja. Dann überlegst dir, ja, also sagen wir, drei Wochen brauche ich im mindestens immer, oder? So. Und dann mache ich eine Projektzeichnung, oder? Oder lasse es vielleicht eher visualisieren, weil ich das selber nicht kann. Und dann komme ich dort hin, und dort ist die Gemeindevertretung, dann schaut einer das an, eineinhalb Minuten und weiß, dass es nichts ist. Da ist man natürlich zu tun, oder? Und das erlebst du natürlich permanent, oder? Wie schwierig ist es eigentlich so, wenn man Auftragsarbeiten kriegt, muss man ja auf dem Punkt mehr oder weniger kreativ sie, oder? Nein, das muss man nicht. Es gibt es ja so. Ich habe ja mal im öffentlichen Raum eine wirklich große Intervention gemacht, in Bergdolstorf bei Wien, und das waren insgesamt 74-Teilige Arbeit, oder? Mit Skulpturen, ein Kreuzweg. Und dort habe ich eigentlich am Landbruch, also die Gereichengstätte für die ungeborenen Kinder? Das habe ich auch gemacht, das habe ich auch noch gemacht, ja eben er gemacht dort, aber das war der Kreuzweg. Und dort habe ich viel mehr Zeit gebraucht, weil das ist so, das war für mich so eine Riesenherausforderung, weil ich habe mir, also die Vorgeschichte war eine andere, ich war in Pagliano bei Rom, habe so ein Stipendium über Auslandsinstitut gekriegt, und dann hat das geheißen, du kannst dort arbeiten. Im August, da habe ich gedacht, da wird nicht gemeißelt, oder? Dann bin ich zum Petersplatz gefahren, so, und laufe dann in der frühen Runde, und denke ich mir, da war ein Kreuzwerk, der war nicht so alt, von einem italienischen Bildhauer, also fast gegenständlich und doch nicht, und ein bisschen, also es war ein Konglomerat von vielem, oder? Und mir hat es überhaupt nicht gefallen. Da habe ich mir gedacht, aber das ist eigentlich eine sauschwierige Aufgabe, so etwas zu machen. Weil es gibt sicher, auf der Welt, Millionen von Kreuzwerkdarstellungen, oder? Und dann habe ich mir gedacht, gut, jetzt habe ich das Thema eh, oder? Jetzt plane ich einfach einen Kreuzweg, oder? Und dann habe ich mir die Zeichenblöcke geheißen, und dann habe ich mir, habe ich mir das, ja, richtig, einen Monat lang nur, fix fertige Projektzeichnungen gemacht. Und das war 97, glaube ich, 98, so etwas, und 2001 sind dann die Berchtesdorffamil herangetreten, oder 2010, sie hätten gern einen Kreuzweg neu. Nur eine Station möchten Stahlau, die Kreuzwegungsgruppe, das andere hätten sie alles gern neu, oder? Und dann habe ich gesagt, wohl, da glaube ich kann ich nicht mehr. Ob es ihnen gefällt, ist ganz was anderes, oder? Ja. Und dann ist das wirklich losgegangen, oder? Mit riesen Bürgerprotesten zergelegert, oder? Und, und, und. Und dann hat es dann, war es fast auch von der Kippe, weil die haben ziemlich viel tausend Unterschriften gesammelt. Aber natürlich immer bei den Heurigen am Abend, ab 10, oder? Da sind sie zu den Öffner gegangen, am Tisch, und sie hat gesagt, ja, seid ihr dafür, dass ein Bregenzer Wälderkünstler uns einen Hochberg versaut. Und dann haben sie eine Zeichnung erzeugt, die waren gern nicht von mir. Die waren wirklich, nicht fiktiv, aber sie waren nicht von mir. Und dann hat man auf einmal gesagt, nein, das geht so nicht, da muss man eine Bürgerversammlung machen, das nutzt einfach nichts. Im Kulturhaus, und das Kulturhaus war knallvoll, und die Gegner sind den Kuh, und da war, glaube ich, dieser Gehring war ein ziemlicher Gegner, dieser, der hat ihn als Bundespräsident einmal kandidiert, so ein fundamentaler, altkatholisch, schätze ich einmal so. Und die haben halt gesagt, dass die Darstellungen überhaupt nicht der Bibel entsprechen, und so weiter, oder? Ja, das war aber so schnell erledigt, das war eine halbe Stunde allzu aus, oder? Und dann habe ich es gemacht, oder? Und, weil die Bibel bringt mich zum Thema Religiosität, Glaube, was spielt das für die eine Rolle? Nein, das spielt in dem Kontext für mich jetzt keine Rolle, oder? Aber für die persönlich? Ja, für mich, ja, bei mir, ich sage immer, meist, glaube ich an mich selbst, das hätte ich selbst nicht überlebt, oder? Nein, es gibt schon Geschichten, also zum Beispiel, also Spiritualität ist sicher etwas, oder? Aber ich war jetzt zum Beispiel, ich war jetzt wirklich gerade in Jerusalem, oder? Und da haben wir das auch, glaube ich, dann, wie wir in den Hof gestanden sind, wir waren ja mehrere Leute, sind mit den anderen gegangen, dann sagt einer zu mir, also ein Journalist, den sagt zu mir, was hast du jetzt da für einen Eindruck von der ganzen Geschichte? Dann sage ich, also wie spirituell ist das für mich überhaupt nicht. Weil das ist Pflicht, wenn du in der Früh um fünf Uhr durchgehst, dann kann das Sinn, dass du was spürst, oder? Das ist nicht esoterisch, aber das hat keinen Sinn, das ist spirituell. Aber wenn da hunderttausend Touristen sich durchwühlen, oder? In der Schlange, das ist nicht meine Geschichte, oder? Geht's nur darum, dass man halt dort war, oder? Ja, wenn man eh, wenn man eh, wenn man eh in Israel ist, ist das natürlich schon ein Pflichtbesuch, das ist klar, oder? Und mich hat eigentlich das österreichische Hospiz interessiert, da in das ist schwierig, aber die Leiterin, die hat wieder, war noch für uns gehängt, oder? Und da ist man natürlich ein bisschen, hat man einen anderen Zugang gekriegt, als Normaltourist, oder als Tourist, wir waren ja keine Tourist eigentlich. Sind so Reisen für dich ja eine Quelle der Inspiration? Immer, also immer unheimlich gern, gell, wenn man da wohnt, im Bengtserwald, also in der Einschicht, würde ich sagen, dann mag ich unheimlich gern Städte, oder? Das ist eigentlich auch mit ein Grund, warum ich in Wien die Wohnung nicht eher gebe. Weil das, das finde ich einfach wahnsinnig wichtig, oder? Und du findest immer wieder irgendetwas, wo du denkst, ach gut, das habe ich jetzt nicht gesehen, aber aus der Geschichte könnte man vielleicht einmal, gäbe es nochmals zu, könnte man mal was machen. Das gibt es immer wieder, ja. Also mir ist das, ich reise nicht viel, aber in Rom, Rom hat mich zum Beispiel total fasziniert, oder? Ich war jeden Tag, ich bin eigentlich jeden Tag in die Stadt gefahren, und eine Runde gemacht, oder? Und das fällt mir immer nicht schwer, wenn ich irgendwo bin, ich bin auch dort, wenn ich irgendwo bin, bin ich immer früh am Weg, wenn ja nicht viele Leute auf dem Werk sind, und das ist auch in Wien, ich bin meistens um sechs Jahre früher schon ein Brunnenmarkt, oder? Wo da ist, höchstens das, fangen sie höchstens an die Städte aufbauen, aber das taugt mir nicht. Und ohne zu überlaufen wie der Arschmarkt, oder? Ja, 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 klar, die finden wir mich gern immer. Weil du vor Rom redest, da fällt man natürlich gleich Michelangelo eh, aber grundsätzlich, was für Kunstwerke gefallen dir, für andere, gibt es aber, wo die... Ja, das ist ja wahnsinnig, da liegt der Schwarzer von Leonardo da Vinci, oder? Das ist einfach so großartig, oder? Und seine Konstruktionszeichnungen, das ist einfach so, so auf einem hohen Niveau. Und wenn ich den später so, jetzt das vergleiche mit Zeichnungen von Walter Bichler, oder? Ja, der war derzeit einfach die 500 Jahre vor uns. Das ist einfach unglaublich. Und da gibt es natürlich wahnsinnig viele Leute, die ich wertschätze, oder? Ich gehöre ja nicht zu denen, die glauben, dass ja außer mir keiner etwas Geschiedes mag, oder? Weil die kommen alle nicht weiter, die blieben alle stärker. Das ist logisch. Ich gehe wahnsinnig viel an einen Ort an, wo ich genau weiß, dass bessere Leute ausstellen wie ich. Oder ich habe auch schon mit guten Leuten ausgestellt, über die Werkstätte Kollerschlag mit Ulrich Rücker und Toni Kreck und so, oder? Und da weißt du, das ist einfach super, oder? Das ist eine Triebfeder, um da wieder zu tun, wenn du mit den Herren ausstellst. Das sind einfach Weltkünstler, oder? Oder der Jonathan Borowski, oder? Der den Hamring Main gemacht hat und die große Geschichte in Berlin. Ja, der hat schon bei mir im Antillier im Boden geschlafen, oder? Also wirklich. Der wollte mich mal für ein Projekt gewinnen, aber ich bin... Also ich habe den gespürt, der John wollte, er hat mit dem Steuer nicht arbeiten können, aber er wollte eine Steinskulptur machen. Und ich hätte die natürlich gebaut, also er wollte, dass ich die baue. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich da durchstelle, wird es gefährlich, oder? Er hätte mir irrsinnig gezahlt, weil der ist wirklich schwer, ich. Und dann habe ich mir gedacht, das könnte ihm noch gefallen. Und dem ist natürlich, dann ist er der Künstler, das ist ja klar, oder? Ja. Und das wollte ich nicht. Aber ich habe das Projekt dann nicht gemacht, aber er war mir auch nicht böse. Ich habe aber gesagt, er soll zu den Werkstätten Koller schlagen. Und die früher nehmen das aus. Aber ja, nein, es gibt... Ja, ich schaue immer wieder, jetzt immer weniger, aber eine Zeit lang war ich einfach, ja, viel auf großer Bildhauerausstellung unterwegs. Es gibt ja nicht viele große Bildhauerausstellungen. Es gibt weniger, oder? Immer weniger. Also, weil die Bildhauerei ist eine Spezies, die wird nicht aussterben, die wird neu belebt werden, aber das dauert noch. Ja, man kann nicht zurückgehen bei der Bildhauerei, Steinbildhauerei bis Ägypten, oder? Ja, sowieso. Ein paar tausend Jahre vor Christus hat es gehen. Das ist fast so alt wie die Höhlenmalerei, im Grunde genommen. Das ist eine ähnliche Geschichte. Ist die Bildhauerei so gesagt noch ein bisschen konstant, vor allem jetzt in unserer immer schnelllebigeren Zeit, die wir haben? Ja, ja, die Digitalisierung. Ja, ja, genau. Ich bezeichne mich als den letzten anachronistischer Dinosaurer, einer der letzten der Kunst, oder? Weil mir glaubt es fast niemand, ich habe nie kein SMS geschrieben und nie kein Mail. Ich habe immer die Computergeschichte, habe immer verweigert. Ich kam mit ihm natürlich nicht ganz in Züge, habe den trotzdem eine Homepage machen müssen, aber wenn ich was bruch mache, das ist meine Söhne oder so, eben das immer. Aber der hat sich, der hat sich jetzt ganz umgestellt, der Guido Maniaguanio, der hat Stöngeli geleitet und hat verwartet, dass man da einen Computer hinstellt. Das ist natürlich nicht gegangen, oder? Und er hat immer gesagt, der Computer ist der größte Feind der Kreativität. Und da ist natürlich etwas dran. Das ist keine Frage. Aber dass man ihn erhöht, in der heutigen Zeit, das geht nicht mehr ohne, oder? Und das ist auch da in der Kunst eine Bedeutung erlangt. Und das ist logisch, das ist auch Ausdruck der Zeit, oder? Die technoide Geschichte. Und da gibt es viel technoide Geschichte, oder? Wenn man denkt, der früher schon namens schon Biker, der Peter Kogler, da gibt es einfach Filmschichten, die werden einfach am Computer gemacht. So Videokunst, oder so, ist das etwas, was man anspricht, oder? Nein, ich schaue mir schon, es gibt ja tolle Geschichten. Aber es sind halt, also wenn es jetzt genau, sind halt schon relativ viele Wiederholungen dabei. Weil das ist ja auch schwierig. Es ist einfach schwierig, oder? Und kein einziger wird es raten, neu erfinden, oder? Wie schwer ist es selber, sich als Künstler immer wieder zum entwickeln? Spürt man da Druck, oder? Nein, den Druck spürt man keinen. Den Druck spürt man überhaupt keinen. Aber man hat natürlich schon das Gefühl, dass es gibt dann auch Leute, die von mir sammeln, die hätten gern wieder einmal dazwischen, was Neues. Das ist einfach so, oder? Und ich mache immer so fast zyklische Arbeiten, ich mache dann wieder eine Zeitlang diese Trennen und Verbinden Geschichten, und dann mache ich es wieder komplett. Gibt es einmal eine Serie verstehen, aber es ist eigentlich alles im selben Kontext. Es entsteht immer wieder mit dieser Philosophie dahinter. Trennen und Verbinden, oder das ist für mich einfach alles, was das Leben beinhaltet, Zeugung, Geburt und Tod, oder? Wenn das gar schon mit Trennen und Verbinden assoziiert, oder? Und da, ja, da habe ich einiges gemacht, aber auch ganz groß, und ich produziere nicht viel im Jahr. Ein paar Arbeiten im Grunde genommen, weil das so zeitaufwendig ist, oder? Und wie schwierig ist es für deinen Lehrer, zum Kündigemann? Du machst es vor, seit vielen Jahren, oder? Ja, schwierig. Es ist halt so, wenn du keinen Galerist hast, oder? Dann musst du dir das Netzwerk selber aufbauen. Und ohne funktioniert das Netzwerk gar gar nichts. Das ist einfach klar, oder? Und da brauchst du natürlich schon ein paar Leute, die ab und zu, oder irgendwo in der oder der Gegend einen Mentor, oder? Sonst nützt es nichts, oder? Aber es ist bei mir eigentlich relativ, denn anfänglich war es sehr schwierig, oder? Also ich war mir schon nicht mehr sicher, ob ich das durchhebe. Aber damals, muss ich sagen, hat meine Frau noch ein Fest geschafft, und dann ist es gegangen. Und, und jetzt, ja, es ist ja vor allem irgendwo, es gibt da Glücksfälle, es gibt da einfach ein paar Glücksfälle. In Linz habe ich den im OK mal ausstellen können, also 96 Teile ich ja dort gemacht. Und das ist halt doch so, auch schon ein Kunststempel in das OK in Linz, oder? Und da werden die Leute ein bisschen aufmerksam, denn natürlich können wir irgendwo in ein Maltesheim eine Kunst an Baugeschichte machen. Und dann hat sich das ein bisschen nach Südtirol verlagert. Und dann, ja, und dann gibt es ja gewisse Freundschaften mit anderen Künstlern, Literaten und so, wo du immer wieder, immer wieder zur Neue lügst, oder? Felix Mitterer zum Beispiel, oder? Ja, zum Beispiel, ja, oder Peter Turini, oder, ja, es gibt auch einige, oder? Und dann, und dann kannst du halt immer wieder, ja, eigentlich ein neues Klientel. Und irgendwann ist halt einer dabei, der kauft da was ab, oder? Der will was. Oder, bei mir gibt es jetzt relativ viele, die wollen, die sagen mir, du, du bist da im Garten und so, da machst du mir einfach was raus. Oder? Wenn man, was ich, Felix Mitterer, Turini oder du gewisse Klientel ansprichst, das, da denke ich mir, das sind meistens wahrscheinlich sehr intellektuelle Leute, oder? Der Felix, na, der Turini auf jeden Fall. Der Felix ist eigentlich immer ein sehr bodenständiger, oder? Das ist ja, das sind ja harte, er sieht ja immer, das ist eigentlich keine Kunst. Die schauen den Leuten aufs Maul und hören wir Geschichten auch, oder? Er macht ja, wenn man das genau sieht, diese Geschichten für das erste, vielleicht kein Platz für Idioten und so weiter, wenn man das hernimmt. Das ist ja eine Geschichte, die hat in einem Dorf gespielt. Oder der Fall Jägerstätte, oder? Das ist ja eine Geschichte, die hat während dem Weltkrieg gespielt. Die musst nur, er ist natürlich ein hervorragender Dramaturg. Das ist klar. Das ist am neuen Höchspiel wieder, Merzengrund. Aber das ist natürlich ganz eindeutig, oder? Der Merzengrund ist absolut ein Thema für einen Film, oder? Und so, oder? Oder diese Geschichte von Irland, oder? Die Beichte, oder? Was um die Pädophilen geht, oder? Das sind alles Geschichten, die stimmen. Also er tut nicht fiktiv ein Theater erfinden, oder einen Roman. Also er ist ja ein anderer Schriftsteller. Er bezeichnet sich, ich bin nicht von Horvath, oder so. Das ist ein Künstler. Er geht sich den Tag natürlich ein bisschen bescheidener, oder? Aber er, ja. Wir sind jetzt schon eigentlich ziemlich genau 30 Jahre, oder? Gute Frank. Und das, er ist schon wirklich ein guter Typ. Du hast ja einen recht, wie gesagt, schon einen ungewöhnlichen Weg gehört, eigentlich zur Kunst, oder halt in der Bildhauerei, mit über 30. Wie hat man denn da im Dorf darauf reagiert, wo die Formel gehört hat, jetzt wird der Herbert Meisberger der Bildhauer. Ja, das war nicht einfach. Also für mich schon. Für mich war es nicht schwierig. Aber für die Kinder, also bei der eine, der ist ziemlich gepflanzt worden, der schul, also der ist, der hat Sittergier, der nicht mehr zur Schule gegangen ist. Der wollte mir nicht mehr zur Schule gehen. Und das war dann ziemlich massiv. Also im Nachhinein muss ich sagen, ja. Ziemlich heftig, oder? Ja. Und ja, und dann habe ich den einen einmal gefragt, ja, was sagen Sie denn alle? Und ich natürlich sagte, das ist der fühlste Hund im Dorf, oder? Und so ähnlich. Ja, großes Ansehen als Künstler im Dorf wird man, das wird man nie, das ist, das ist höchstens ein anderer Ort da was machst. Ich habe zum Beispiel, das ist so glücklich, mich freut es, wenn jemand einmal kommt, wenn ich was mache vom Dorf, das freut mich. Aber das, was ich natürlich mit Berchtelsdorf erlebt habe, das war ja wahnsinnig, oder? Die, die haben mir dann wirklich, also muss ich sagen, das klingt deppert, aber die haben mich regelrecht verehrt, oder? Da habe ich in Brüssel, von diesem Kreuzweg, da hat es eine riesen Fotostelle hingegen, so großformatige Fotos. Und dann haben sie mal gesehen, das hat man eigentlich als Österreich-Beitrag, damals, wo ich in Brüssel mache, oder? Und dann haben sie halt mit dem Karas geredet und mit denen ein paar Leuten gesagt, wir suchen die Philharmoniker da, den suchen wir dann einen Bildender. Ja, ich soll es machen, oder? Und dann Roland war da, der Witzer war damals dort, der hat gesagt, ja, da muss man das organisieren. Er hat gesagt, nein, das muss politisch, ja, jemand noch. Und das hat dann die Delegation von Niederösterreich gemacht und der Karas, oder? Ja, ja, und das war, am Montagabend war die Veranstaltung, der Felix hat gelesen, und die Ausstellung war fertig kurz davor, weil ich bin erst am Montag in der Früh gestartet, und das war wirklich, das war echt berührend, denn ich habe nichts gewusst, denn kommt der Berchtelsdorfer Bürgermeister am Montagabend mit 35 Leuten zur Ausstellung. Okay. Die sind extra rein geflogen und wieder zurück. In diesem Moment, das erlebst du natürlich, das will ich jetzt da nicht erleben, oder? Das war die schöne Situation, du hast aber vorher aber auch gesagt, der Widerstand, der uns unter anderem gegeben hat. Und ich habe auch gelernt, dass du sagst, du buchst schon irgendwo Widerstand, oder? Ach so, ja. Ist das so? Ja, ich gebe auch zu, dass ich selber einer bin, der ziemlich aussteilt, oder? Also jetzt natürlich nicht gerade wie der Hirdl, das ist kein früher, das war auch ein guter Kumpel von mir, den ich eigentlich gut kenne, aber wenn du, du musst natürlich dann schon ab und zu, du kannst besser hinstecken, wenn du es teilst. Okay. Und wenn sich dann ein bisschen ein Erfolg hinstellt, und den tust du auch viel leichter, ne? Und dann denkst du ja, also, ja. Schaffst du aber auch drum so gern mit Stein, mit Stirner, weil ich da auch richtig abschaffe, oder? Ja, ja. Gut, jetzt mit fortlaufendem Alter wird es schon strenger, also ich wäre sicher nicht mehr, ich habe einen eigenen Steinbruch, oder? Ohne. Müllviertel, oder? Ja, genau. Aber ich werde jetzt sicher nicht mehr einfach reinfahren und abbauen, und so. Das ist schon, also, das würde ich jetzt körperlich auch nicht mehr schaffen, also, das hat aber andere Gründe, weil jetzt doch, weil ich doch geschwächt bin jetzt, oder? Nach den letzten zwei, drei Jahren hat es da ziemlich Substanz gekostet einfach, oder? Hat, ähm, erfüllt die zeitgenössische Kunst noch ihren Auftrag, ihren gesellschaftspolitischen Auftrag irgendwo? Glaube ich nicht. Also, ich glaube, es gibt natürlich solche, oder? Aber es gibt immer weniger, weil sie sich nicht trauen, oder? Den kannst du nicht immer gut in die Töpfe, wenn du kriegst. Du müsstest natürlich viel mehr, viel kritischer sein. Oder ich bin schon so ein bisschen Alters, man wird ja müde und da, und verschiedene Geschichten züchte ich zurück, oder? Alters Milde würde ich sagen, kann man das nennen. Aber ansonsten glaube ich schon, und da sind natürlich die Kollegen gleich böse, wenn man das sieht. Ich habe ja auch mal das geschrieben, in einem Manifest, oder? Dass die Kunst eigentlich Gefahr läuft, zur Dekoration zu verkommen, oder? Und ab und zu sagt man, ich habe das Manifest damals gemacht, in Wien. Ist eigentlich aktueller denn je, oder? Wird verwischt und vertuscht. Mir war von Luther kürzlich wieder ein ganz bekannter Österreicher, wirklich. Es war schwer. Der hat gesagt, das Projekt wird immer aktueller. Alles wird verwischt und vertuscht, oder? Es war im Nahen so ein sensationelles Projekt. Klar, da bin ich schon ein paar Mal attackiert worden, oder? Wenn du die Manifest steckst, oder? Ich habe halt geschrieben, die Künstler verkommen zu Dekoratoren. Natürlich dürftest du nicht schreiben, die, oder? Das ist immer so, oder? Wenn du sowas machst, da, da, also das wäre ja furchtbar, wenn keine Reaktionen da wären, oder? Ja, wenn man in der Kunst, wenn man provokant provoziert. Ich finde es eigentlich schön. Ich weiß, es war, glaube ich, 14, vor fünf Jahren. Und ich habe immer mehr Reaktionen jetzt. Immer wieder. Immer wieder. Und das ist eigentlich toll, wenn es noch nachhaltig ist, oder? Ist Kunst aber zu viel Event mittlerweile? Ja, das wird auch dazu gehören. Das ist schon aus, nach der Zeit, oder? Aber es ist halt nicht meine Welt, oder? Ich brauche das nicht, oder? Da gibt es Leute, die können das wesentlich besser, wie das mit ihnen beziehungsweise. Mich interessiert es nicht. Ich bin ja eigentlich relativ, wenn ich da bin, relativ zurückgezogen, oder? Ich gehe ganz wenig auf Vernissage, ich schaue mir viel an, aber ich mag den Rummel eigentlich schon nicht mehr, oder? Ja. Wobei es unfair ist, in einer gewissen Art und Weise ist es so unfair, wenn ich eine mache, aber ich mache alle zehn Jahre eine im Landpflicht, oder? Dann freust du dich eigentlich schon, wenn ein paar Leute kommt, oder? So ist es nicht, oder? Ja. Dann tue ich schon das Gleiche, aber halt, man trinkt ein Glas Wein, oder? Aber jetzt, ja. Ich bin jetzt halt nicht mehr, früher habe ich mich schon in die Menge kauen gerne, und jetzt einfach immer, kommen immer mehr drauf, dass das eigentlich viel schwieriger ist, man dort werkeln, oder? Und zeichnen. Wie ist das aktuell mit Werkeln, oder was hast du aktuell für Projekte vor? Weil du hast ja selber auch gesprochen, die letzten zwei Jahre ist es dir nicht so gut gegangen, gesundheitlich. Ja, ich habe jetzt halt die Ausstellung gemacht, und dann gibt es jetzt noch eine Ausstellung, also das ist keine Ausstellung, in Klagenfurt gibt es ja ein Riesenprojekt, das ist jetzt, in Böse hat man es noch gerne so durchgekommen, aber in Klagenfurt macht, da hat der Heider damals dieses Wort, das ist Stadionbohr. Genau, ja. Und da war eigentlich nur ein Fußballspiel, am Anfang von der WM, also eine völlige Phase, eine Schweinerei im Grunde genommen, oder? Wenn man nicht denkt, Klagenfurt spielt ungefähr dort, wo Bietz ausspielt, oder? Liga-mäßig. Die können gar nicht in den Stadionglobe. Und jetzt macht irgendein Schweizer mit Künstlern, Manager und Kunstkonzulter, was ich will, aber der muss unheimlich versiert sein, als der, der es geschafft hat. Da wird das ganze Rase umgeackert, oder? Da wird ein Wald geboren. Im Stadion wird ein Wald geboren. Und jetzt sucht er noch Leute, aber da hat er gesucht, jetzt muss er es fertig sein, weil das muss dann, da fängt man jetzt an. Jetzt ist nochmal zuerst der Wirbel entstanden, weil man sieht, der Hartberg ist im Europacup, jetzt müssen die im Stadion spielen. Da hat der Peter Kaiser gesagt, wir stehen zur Kunst und zu der Nachhaltigkeit, das Kunstprojekt findet statt. Und die Bürgermeisterin von Klagenfurt, die da waren. Und jetzt gibt es da begleitend dazu, es gab vorher telefoniert, wo ihre Kusin. Begleitend dazu gibt es noch eine Ausstellung im Kunsthaus Klagenfurt und in der Landesgalerie. Von ein paar Bildhauern, aber das sind nicht österreichische Anur, also international hat er die. Ich weiß aber nicht, wen er da zusammen gesucht hat. Mit Holz. Holzkultur. Und da bin ich ja nicht eingeladen, um etwas zu machen. Und da habe ich jetzt noch einiges zu tun. Ich bin jetzt dran und mal schaue, was das Ergebnis denn ist. Wenn mit der Holzbildhauerei einmal kommst du irgendwo, dann schließt sich der Kreis. Ja, für mich ist es ganz einfach. Ich habe es letztlich gesehen, wenn man denkt, mache ich da mit, mache ich nicht mit. Eigentlich ist es ja ein Blödsinn. Wenn meine Arbeiter da sind, die Verzöpfung und das Zück kommt ja vom Holz. Und eigentlich ist es eine Materialentfremdung, oder? Und jetzt komme ich wieder mit den Verbindungen, die eigentlich früher aus Holz gemacht worden sind, bei jeder Alphütter, bei jedem Wälderhaus. Und jetzt komme ich wieder zurück vom Stein zum Holz und eigentlich wieder ein Ursprung, oder? Ich werde das Material nicht so lau, wie es gerade ist und vielleicht ganz technisch machen, dass ich Schicht, Schichter, wie ich das verlieren. Weil sie eigentlich, die Idee ist ja, der Wald und was wird denn aus dem Wald, oder? Und ein Kajokunst wäre da draus, oder? Nicht nur Brennholz, oder nicht nur Möbel, oder nicht nur, oder? Zum Beispiel. Oder nicht nur Heizmaterial. Und das immer wieder irgendwo trennen und verbinden, oder? Zeuge in die Wurte und Ton. Ja, genau. Das wird der Menschheit nie abhanden gekommen, oder? Ich weiß, über das haben wir dann früher viel diskutiert in Wien. Der eine hat gesagt, das würde ich nicht Lutz zeigen, so ein Blödsinn da mit dem Trend, ich finde das eine Chance, oder? Dann haben die gesagt, geh ich nicht und ich werde es durchziehen. Super. Dann wünscht man vor allem gesundheitlich alles Gute und bedanke mich recht herzlich für das Gespräch und viel Erfolg. Danke, Jürgen. Danke. Ciao.